Hallo, ich bin die Katja. Ich bin die Gewinnerin vom perfekten Tag von meiner Bühne Bayreuth. Hallo, ich bin der Eike und ich habe Katja heute begleitet. Wir hatten bisher einen sehr, sehr schönen, sonnigen, entspannten Tag. Es ging los im Liebesbier. Da hatten wir ein sehr großes, reichhaltiges, sehr gewohnt leckeres Frühstück. Danach ging es dann auch gleich weiter zum Friseur Schrödel. Da wurde ich hübsch gemacht für den Rest des Tages. Und dann war der erste Shoppingteil. Da waren wir im Rotmain Center. Fleißig geshoppt, eine Tasche gekauft, viele verschiedene Kleinigkeiten. Und dann ging es zum Mittagessen. Genau, dann waren wir Mittagessen im Focaccia. Da haben wir zwei leckere Focaccias gegessen. Ein Tiramisu und zwei Espresso. Dann ging die Shoppingtour weiter durch die Innenstadt. Da waren wir im Scandi Club, Scandi 28, Karstadt, Müller und viele weitere Geschäfte. Im Intersport haben wir auch viele kleinere Sachen gekauft. Danach sind wir mit dem Porsche nach Hause gebracht worden, haben uns kurz frisch gemacht. Und jetzt ging es wieder mit dem Porsche zurück in die Innenstadt zum Isla Tasting Center. Genau, und jetzt dürfen wir hier nochmal lecker essen. Und dann geht es ins Kino. Und ja, also bisher rückblickend fand ich besonders schön, dass wir so eine nette Gesellschaft hatten, dass es so entspannt war den ganzen Tag über. Und es war natürlich auch schön, mal einen sehr umfangreichen Shoppinggutschein zu haben. Da gönnt man sich dann doch mal Sachen, die man sich sonst nicht gönnt. Wetter hat auch mitgespielt. Also bisher tatsächlich ein sehr perfekter Tag. Weil wir so einen perfekten Tag hatten, können wir es tatsächlich jedem empfehlen, in unserer Heimat, in wunderschönen Bayreuth auch einen perfekten Tag zu verbringen.